Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge TTT, ja die letzte Folge dieser Aufnahmesession. Ich bin heute extrem zufrieden mit dem Funday gewesen, auch wenn die Runde dahinter echt traurig war für mich. Ich wünsche euch sehr viel Spaß und ja, tschüss. Was geht ab, meine lieben Jörges? Jörges, was geht ab? Guten Tag! Okay, chill. Ich hab die LKW-Rupe gemacht. Ich muss nur übertreiben. Richtig. Ich hab die LKW-Rupe gemacht. Kleinst Out of the world. Wie weit kann man hier laufen auf der Map? Ja und sonst so. Also wir spielen scheinbar auf dieser GTA... Oh, okay. Hier geht's auch nicht weiter, okay. Das heißt, es hat viele Invisible Walls in dem Fall, okay. Das ist so eine GTA-Map, ich hab GTA nie gespielt, deswegen... Deswegen kenn ich's nicht, aber... Die sagen, es ist eine ganz coole Map, also sollten wir da mal drauf spielen. Und ich versuchte jetzt mal zu erkunden und zu schauen, wo überall Invisible Walls sind, also wie weit man laufen kann. Bisher sieht's ehrlich gesagt ziemlich klein aus, also sie sind sehr schnell Invisible Walls. Scheint nicht so, dass wäre hier eine große Möglichkeit, irgendwo weiter zu laufen. Wofür, wofür ist... Nee, ist bestimmt ein Graffiti oder sowas, was da sein sollte. I just fucking love you. Okay. I just fucking love you. Ey, ey, schau mal, geh mal in diesen Busch da. Schau mal, geh mal in diesen Busch da, in diesen Busch. In diesen Busch da. Da in diesen Busch. Ähm... Ich glaube, ich sollte in diesen Busch reingehen. Geh in diesen Busch. Da kann nix dabei passieren, Mann. Okay, lass das als Vertrauens-Test machen, okay? Wir müssen uns fünf Sekunden reinstellen. Komm, Vertrauens-Test, komm, Vertrauens-Test. Ich weiß nicht, ob ich dir vertraue. Ich weiß nicht, ob ich dir vertraue. Ich weiß nicht, ob ich dir vertraue. Vertrauens-Test, komm, mach. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, jetzt ich, jetzt ich. Vertrauens-Test. Okay, 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 mach du jetzt. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf. Du Hutzund. Geschwätterte Heuchler. Okay, das heißt, wir sind Inus, oder? Okay, Vertrauens-Test, Fully. Vertrauens-Test, Fully. Stell dich zum Fass. Wie, Vertrauens-Test? Stell dich zum Fass. Fünf Sekunden. Vertrauens-Test. Nein, ich traue dir nicht. Sean und ich haben schon gemacht. Wir sind cool. Wir sind cool. Wir sind cool. Wir haben schon gemacht. Fully. Vertrauens-Test. Bist du Traitor. Näher, näher. Was hast du denn? Näher. So. Wie noch näher. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay, schau mal, er ist auch Proven, glaube ich. Okay, okay. Okay, okay, okay. Ich denke, wir sind alle Inno-Sense. Okay, gut, dann lass uns mal die anderen handeln. Wir sind Proven. Wir sind Proven. Warte mal, Fully hat das bei uns nicht gemacht. Er könnte immer auch Traitor sein, aber das ist egal. Ich würde sagen, wir killen einfach alle anderen, weil wir sind Proven. Oh Gott, hier ist ein Taxi, pass auf. What the fuck, was zum Teufel, woher kam das denn? Gott, du Kacke. WTF. Lass den hinterherlaufen. Jetzt bin ich auf dem Dach und Johnny ist weg, ich werde ihn niemals wenden. Ich glaube, da kommt nix, Mann. Der wollte sich eine neue Frisur machen und dann von Leute umbringen. Man, zu viele Invisible-Walls. Okay, das ist seltsam. Genau das haben wir nicht gesagt. Glaube ich zumindest. Irgendwie hat er sich da noch versucht, rauszureden, aber... Pass auf. Hallo. Wenn es nightster wird, dann wäre es eine Gefahren. Irgendwie will ich zum Umbringen, aber irgendwie... Fully schießt, okay. Hä, warum wurde er geschossen von Fully? Nein, 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 ey, 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 ey. Der Detektiv hat... Nein, hör mal zu, der Detektiv hat... Fully soll das machen. Wollen wir von Fully nicht umbringen, der hat jeden Detektiv schützen. Komm, ob die NMU war erschossen. Erst Inno, wow. Ja, weil er mich töten wollte sofort. Fully ist so, sagst du, aber eigentlich ist er Proven, eigentlich ist er Proven, ne? Warum denkst du es? Warum denkst du es? Warum denkst du es? Ich check es nicht. Weil er es gesagt hat, dass er euch umbringen will. Ja okay, das hat Ricky auch mal gesagt. Das sagt jeder mal. Das ist wahr. Ich habe was zum Heilen. Zombie, du bist innocent, oder? Nein, sag doch nicht. Jetzt kommen wieder welche. Danke, Hockey. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Was ist passiert? Aber Pudi ist doch Safe Traitor, Mann. Der hat doch Moggi gekillt. Ich traue mich nicht, euch umzubringen. Und wenn ich mich traue, dann treffe ich euch nicht. Es ist so eine Scheiße gerade für mich. Ich bereue alles. Im Pizzaladen an sich. Na ja. Vorsicht, Auto. Oh Gott. Du gibst den Ton an die Tickte. Juckt. Juckt. Ich will kein schlechter Tickte. Mal gucken, ob Hockey wieder lebendig ist. Ey, ich habe Schangen genommen. 50% Schaden. Ich kann es einfach nicht. Bro, warst du das, Johnny? Ich will immer so einen kurzen Prozess machen und dann... Was für 50? Was denn das für die Runde? Jetzt mach doch mal was. Wieso ich? Es war... Sie ist jetzt Fully. Okay. Jetzt überprüfen. Ja, wir... Ich soll ihn überprüfen. Warum machst du das denn nicht einfach? Junge. Deswegen. Das ist wirklich eine Whacker-Runde. Warum bist du wirklich so sauer? Wir hatten so guten Plan. Ja, hä? Wir machen voll Rope. Hä? Wir kochen so die ganze Zeit voll gut. Er will, dass wir einfach killen. Warte mal. Warte mal. Warte, warte, warte. Oh. Hab ihn. Okay. 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 Ja. Also, Herr Detective. Was hab ich dir jetzt gemacht? Johnny, Herr Detective. Fully erschießt mich, einen Innocent, und du gibst ihn dafür eine fucking Heilungsstation. Ja. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich hab das gemacht, was der Detective gesagt hat. Ich hab Fully auch so wenig vertraut bei der ganzen Sache. Aber er war für dich immer safe. Fully sagt, er soll Zombair umbringen. Und dann hast du Fully umgebracht. Äh, ne, auf ihn geschossen, oder? Ja, er hat auf mich geschossen, weil ich auf Zombi geschossen hab. Ja, er hat auf mich geschossen, weil ich auf Zombi geschossen hab. Ja, weil du mich fast getrittet hast. Ja, weil du mich fast getrittet hast. Fully war mein Assistent, aber ja, ich hab halt reingeschissen. Nee, 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 schau den Fully am reingeschissen. Die standen für, keine Ahnung, zwei Minuten hinter dir rum und haben dich nicht erschossen. Das ist wahr. Ja, weil wir den Detective auch, wir hatten seinen Vertrauen, hä? Ja, ja, wir wollten ein bisschen mit dem Opfer spielen. Wir hatten, wir hatten... Wir hatten gekocht. Wir hatten gekocht. Hoppla, konnten die Kombinen her. Schlecht, Zombair. Richtig mieses Gameplay, Zombair. Das war schlecht gespielt für Zombair. Ich hab ihn gekocht. Hey, du bist nicht gemutet. Hm, hm. Das ist so peinlich für ihn. Das ist Zombair sicher grad richtig peinlich. Hm, ich bin Zombair, ich komm von der Seite und mach'n easy kill. Von wegen. Von wegen. Hm, ich bin Zombair, ja, ja. Hm, ich bin, ja, ja. So ist das nämlich. Na, kam der Hockey von der Seite. Bam, kam er. Der Hockey kam. Bam. Da konnte Zombair nichts machen. Hi, was geht? Ach so. Ich, äh. Ich, äh. Ja, was soll ich machen? Ja. Ja, ein Pixel fehlt da. Oh nein. Wie klein, oder? Okay. Gibt's irgendeine Möglichkeit für mich, mich zu heilen? Wo ist Zombair? Zombair ist tot. Au. Na ja, gut. Reki, komm doch bitte in deinen Laden. Reki, ich bin vom Gesundheitsamt, wir müssen mal hier reden. Wir sind ja Ratten im Laden. 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 Wir müssen auf den Tisch. Was ist das denn? Was ist denn? Ich werde da hingeschissen. Wir gehen so mit der Lade direkt wieder zugebracht. Wo ist der Detective? Okay, ist gerade gestorben. Oh Gott. Oh Gott. Aber wer hat auf dich geschossen? Reki und Bienen, ein ungeziefer Problem hast du auch noch hier drin. Ja, ich sehe hier alles von der Mäuse und Bienen. Hilfe, ich töte mich. Warum? Das war, er fragt einfach oben. Reki, was? Ich wusste es aber trotzdem. Maeve steht da mit der Biene in der Hand. Ich hab die Biene genommen und hab dir einfach an Reki rangehalten. Bringt Reki um und er sagt, warum? Warum töte mich die Biene? Waren das deine Bienen, Reki, auch noch? Ja. Ja. Warum war Zombie dann tot? Warum war's denn tot, Zombie? Ich hab Johnny der Zombie geschossen. Oh. 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 Nein, nein. Das muss... Nein, nein, nein. Zombie. So war das nicht, Zombie. Nein, so war das nicht. So war das nicht. Ich bin Detektiv. Du hast kein Recht mit mir zu reden. Er war Traitor. Du bist Detektiv? Ich bin auch Detektiv. Oh Gott. Warum sind alle Beide Detektiven? Du bist denn Detektiven? Schon wieder so viele Imitatoren? Dann lass es mal ein Fall lösen, oder? Ich hab... Der halbe Fall ist schon gelöst. Der liegt hier am Boden. Der halbe Fall liegt hier am Boden. Sehr gut. Oh, jetzt gibt's hier ein Klo mit Zombies Kackhaufen. Lass ihn reindunken. Wie fies! Oh mein Gott! Hört auf damit! Das gefällt mir dir da schon. Das ist so gemein. Warum machen die das? Das ist ekelhaft. Nicht den Kopf rein! Nicht den Kopf rein! Erstmal liegt er sehr gut da. Das muss doch nicht sein. Nicht auf mich drauf! Och nein! Nein! Oh Gott, das ist schrecklich. Doch, doch, ich glaub das passt doch selbst, was da am Boden liegt. Es ist furchtbar. Das ist furchtbar. Das hat wirklich niemand verdient. Ich kann doch Clou machen. Komm, wir laufen einfach und bringen alle um, weil wir Detektives sind. Oh, perfekt! Leute, perfekt! Ja, ich werde. Hallo! Ich guck dir das an. Ich hab sie einfach angeklebt mit dem Magneto-Stick. 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 Alles ehrlich. Wie klappt denn Rikki noch? Bist du an den Trader? Ah, Rikki ist auch noch da. Rikki kann auch ein Trader sein. Okay. Okay. Die Runde würde ich mir nicht verballern heute. Ich mein jetzt. Ernsthaft. Was? Der Detective ist tot. Das war Maeve. Ich glaub die Tür hat ihn getötet. Ich hab auch Fully. Du weißt, was ich jetzt von bin. Die Tür hat ihn getötet. Die Tür hat ihn getötet. Die Tür hat ihn getötet. Ich dachte Maeve hättest du uns die ganze Zeit über angelogen. Nein. Ich dachte so ne Aktion wäre es jetzt gewesen. Du kannst froh sein, dass ich so schlecht aime. Nein, ich hab auch Fully geschossen, weil ich dachte Fully ist es. Ich liebe diese Runde. Fully hat sich selbst umgebracht jetzt. Okay. Ich war die beste Runde aller Zeiten. Oh mein Gott, das war wirklich Fully. Ich weiß nicht, warum ich bei Fully überhaupt nur zum Spaß auf ihn geschossen hab. Ich sollte einfach draufhalten. Ja, ja. Er ist eh immer Traitor. Ist er wirklich. Das ist nicht wahr. Fully kann man einfach wirklich schonen. Der kommt mal rein. Schießt immer auf mich, wenn ich Traitor bin. Okay, wir gehen rein. Oh, richtig Frisurrunde. Ihr wart richtige Bullis gerade zu mir. Das war richtig gemein. Nee, nicht Frisur. Da hinten, da hinten, da hinten. That is a pain spray. Frisurrunde. Michael Herbig oder was? Ja, Bulli, Michael. Michael, Bulli, Herbig. Ja. Ja, du kennst den? Ist Michael Bulli, Herbig nicht der von LOL? Wenn Fully hinter mir her ist, ist er Traitor. Hallo. Ich bin Detective. Von League of Legends. Ich gehört, bist du alleine bist, da werfen wir eine Granate auf dich. Du schießt mich öfter, als ich dich. Oh nö, warum? Nee, du hast mich jedes Mal gekillt. Den müssen wir wiederholen irgendwie. Ja, zu Recht. Ja, ich hab auch zu Recht auf dich geschossen, weil du Traitor warst. Beide Male. Ich hab Angst vor Zombie. Nee, hab ich noch. Warum brennt dieses Auto? Oh, locker. Ich konnte nicht widerstehen, da waren brennende Fässer. Ich konnte nicht widerstehen. Achso, okay. Das akzeptiere ich. Nein, das ist okay. Nein, das ist okay. Na schon? War das dein Teamkollege? Nein. Nee, tatsächlich nicht. Nee, tatsächlich nicht. Ja, die Tür ist ein bisschen... Oder doch, weil er war Inno. Ich auch. Ah. Ah. Weil du auch. Weil du ja auch ein Inno bist, meinst du, oder? Wir wissen, dass der Inno war. Naja, weil du halt auch ein Inno bist, oder? Weil du halt auch einer bist. Du bist ja so. Ach so. Du bist ja auch einer. Stimmt, stimmt. Na klar. Wer rauscht hier so? Was ist das hier? Was ist das hier, ja? Was ist denn los mit deinem Mikrofon, Ricky? Ich rausche? Naja. Das kann grad wie so ein Feuerwerk. Naja. Das Gesundheitsamt hat ein paar Fragen zu deinem Laden. Oh nein. Das ist immer das scheiß Gesundheitsamt. Ich trau mich da nicht reinzugehen. Oh. Schau, 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 schau. Ey, das kann ich erklären. Woher kommst du? Nein. Ich war die ganze Zeit hier. Hallo. Warum? Wieso? Aus welchem Grund? Warum? Wieso, Zombie? Warum? Nein. Ich dachte du warst allein. Wieso? Oh, keine Ahnung. Mei wollte Ricky grad eigentlich überführen damit, dass er Blocker ist, ne? Ne, ne. Ich hab so zum Glück grad gesehen, dass der Blocker gefunden wurde. Ach ne. Ja, ja. Aber sonst wär das schlecht gewesen für Ricky. Der Baseballschläger war verlockend. Ja. So, ich will jetzt nochmal hier rein und nicht direkt sterben, bitte. Doch, kann sein. Kann ich hier ne bessere Waffe haben? Ach, da waren sie. Wenn sie muten. Oh, sorry. Das ist immer so gemein, wenn jemand nicht gemutet ist. Geh mal rein doch, Johnny. Geh mal rein doch, Johnny. Geh mal doch mal rein lassen. Äh, warte, mach die Fässer weg. Da. Bitteschön. Wie es rausgeflogen kam. Explodiert das jetzt auch noch, oder? Kann man das Tor wieder zumachen? Nö. So, wer will die Golden Eagles? Ich. 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 Nein. Schieß mich ab. Knall mich ab. Er hat mich abgeknallt. Ich bin innocent. Ich bin innocent. Sean. Ja mein Gott. Hockey ist auch. Ach man. Jetzt waren wir alle drei innocent. Das hat uns nichts gebracht außer zwei Tote. Naja, wir haben uns alle gegenseitig gekillt. Perfekt. Na ja, Sean verteilt wieder. Ja mein Gott. Ja, da war so ein Among Us. Töte Maeve. Töte Maeve. Er hat Among Us gemacht. Töte Maeve mit Golden Siegel. Er hat Among Us gemacht. Schon die Scheiße jetzt. Mach mit Golden Siegel. Mach mit Golden Siegel. Sie haben Franklin umgemacht. Scheiße nein. Oh nein, er wurde umgemacht. Hier hat er auch was aus dem Hotdog Stand. Wo ist der Hotdog Stand? Johnny Thumbel sich wieder ins Detektion. Kill Maeve. Kill Maeve. Kill Maeve mit Golden. Habe ich nicht. Wo ist der Hotdog Stand? Die Golden hat keinen Schuss mit. Ah. Nö. 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 Oh man. Stark. Roten Blocker. Fuck. Fucking Blocker. Fucking Blocker. Holy shit. John hat's gesagt. Scheiße. Was für ein Blocker? Ich bin ein sehr beeinflussbarer Detektor. Scheiße. Aua. Na gut, ähm. Kann ich mehr vielleicht zu befrutscht? Warte, jemand hat... Wer hat grad Maeve... Wer hat grad Maeve gedingst? Wer hat grad Maeve gedingst? Das geht doch neu als Traitor. Das geht doch neu als Traitor. Wer hat den grad... Wer hat den grad confirmed? Ich will mehr Leben. Richtig. Gute Schlussfolger. Ja, ich weiß nicht genau, ob ich umgespricht habe, dass ich selber der Blocker bin. Deswegen hast du mich erschossen. Ich hab's nicht gecheckt. Ich war erst richtig schockiert, dass keiner es traf. Oh, warte. Ich hab's ja vorhin... Ich hab's gecheckt. Nein, ich wusste die ganze Zeit, dass Ricky Traitor ist. Ich hab's nicht gecheckt. Ich hab's ihm gesagt. Ich hab nicht gesehen, dass er... Ich war zu... Ich war zu... Zu... Zu checken, dass er... Die Leiche untersucht hat. Jaaa... Und ich so... Oh nein, aber ich sieht's keiner. Oh, Maeve. Oh... Ich hab's ja mal selber umgebracht, weil ich irgendwen angeschossen hab. Ganz kurz. Ich möchte mal mit euch sprechen. Ja, gut, ja. Können wir doch mal reden? Ja, aber das kommt ja nicht. Ja, aber das kommt ja nicht. Hallo. Ich bin Guardian-Hobby. Ich bin Guardian-Hobby. Cool, dann war's ja doch ne... Oh mein Gott, wie lieb von dir. Ey! Was ist denn jetzt passieren? Bro! Wieso? Warum Zombey? Zombey bringt alle rum. Nein? Äh. Aua. Ich hab's auch überhaupt nicht hingekriegt, ihm irgendwie Schadensfall. Ach, Mano. Das wär so ne schöne Guardian-Runde geworden. Also hätte er das gewonnen. Ach, Mano. Das wär schockiert. Ich hab eben so mit einer Shotcut was zu drücken. Ja, dann ist doch Ricky, oder? Dann muss der Ricky sein. Er ist ja der einzige, der übrig ist hier. So, wer von uns drei ist es jetzt? Ich glaub, Ricky hat grad versucht, dich von hinten anzugreifen. Ja, eigentlich nicht. Warum? Ach, scheiße. Er hat die Runde einfach geworfen, ey. Weißt du, Horki, du solltest wissen... Ja, ich war kurz davor. Meine Guardian-Runden sind nicht gut, weil der auf den ich Guardian mache, der neigt dazu immer sofort. Morgi hat Guardian auf mich gemacht. Ich dachte, du hättest mich mit Absicht getötet, weil ich Guardian wurde. Aber das wusstest du nicht. Er wollte dir nicht gönnen. Ja, er wollte nicht gönnen, er wollte nicht gönnen. Der Guardian. Kein Gönner. Boah, ich bin Detective. Ihr wisst, was das heißt. Das heißt jetzt was? Wie lange... Oh, schnell, schnell zum... Schnell! Schnell, schnell, schnell! Komm, schnell! Mach auf! Mach auf die Scheiße! Mach auf! Ja! Mach auf die Scheiße! Ahhhh... Ja, war cool. Komm, lass zum Garten! Lass zum Garten! Ja, ja, hinten! Komm, komm mit, komm mit! Komm mit, komm mit! Komm mit, komm mit! Komm mit, komm mit! Komm mit! Da, da, da! Komm mit, komm! Komm mit, komm! Schnell! Ja! Okay! Es macht so viel Spaß mit euch! Ich hab so viel Freude! Ah, nein! Was haben die hier gemacht? Könnt ihr jetzt mal aufhören, meinen Laden mit Scheiße vollzuschmieren? Habt ihr den Scheißhaufen ans Dach gehängt? Schimtex! 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 Schim... Das ist Mogis Humor! Warte, kann man die Gläser nicht kaputt machen? Das ist ganz nicht an der... Warte, wenn man hier noch die Scheiße dran! Bisschen randalieren! Aua! Lass in Ruhe! Er muss hier die Scheiße ranbringen! Das war Ricky! Das war Riki! Das war einfach Riki, der geschossen hat! Moin! Moin! Hast du geschossen, Riki? Vorsicht, schau, denn brennt es gleich! Nö! Du bist die Täter, fern wir eh nicht erschießen! Der Kammer, Aua! Das brennt! Vorsicht! Warum... Warum tötet Riki gegen jeden? Es brennt und überall die Scheiße! Ah so! Okay! Jetzt bist du Traitor! Oh Gott! Oh Gott! Der Traitor war ich nicht! Das war ich nicht! Es tut mir leid! Scheiße! Hocki, wusst du das machen? Hocki, wusst du das machen? Okay! Ich merk schon! Hocki, tut das los! Mocki, ich hab was für dich! Wenn du meinen Laden holest! Ja, was? Was war das? Ich hab den Typen in Erinnerung gebracht! Was hast du für ein Geräusch auch? Ich hab keine Ahnung! Hör auf! Da klebt die jetzt! Warum klebt die jetzt da dran? Ja, das freut mich auch! Ich bin vom Gesundheitsamt! Was macht das? Was machen die da für die Scheiße? Jo, jo! Sie leuchtet! Sie leuchtet! Wie hübsch! Wie in Weihnachten! Halloween kommt früh dieses Jahr! Ich sag schon, ist Traitor übrigens! Warum? Warum immer ich? Hat er was gemacht? Weil du nichts machst! Du bist ein langweiliger Traitor! Nein, nicht schön heute! Wieso kann Mocki fliegen eigentlich? Bitte, Maeve! Bitte macht das nicht, Maeve! Bitte, Maeve! Ich hab einfach nicht bei Rikki gekillt! Warum konnte Mocki fliegen? Mocki, warum kannst du fliegen? Was ist explodiert? Mocki, warum kannst du fliegen? Ja, warum konnte Mocki das fliegen? Ich hab ein Jetpack von Detective, darf uns den Laden in Ruhe lassen! Achso, okay! Okay! Ist gut, ist gut! Und wer ist der Detective? Rikki ist tot! Maeve! Ja, aber warum hat Maeve Rikki umgebracht? Maeve hat die Mütze auf! Ich dachte grad wirklich, ist es der Maeve! Warum reden wir bei Rikki für uns? Warum reden wir bei Rikki für uns? Ist das Zombie, der sich verkleidet oder so? Rikki ist tot? Nein, das ist Maeve! Hä, Zombie? Der Zombie ist tot! Maeve ist... Hä? Das war irgendwie berechtigt! Das war komisch! Nee, ich kill Johnny! Fuck, okay! Er ist es doch! Mocki ist es safe! Ich... Meinst du? Fuck! Ja, okay! Fuck you! Tja! Miese Mama! God damn! Ich hab's nicht ganz verstanden, aber... Er hat mich gesniped! Snipe! Ich hab mich gemutet aus Versehen! Okay, okay! Okay! Weil ich gestorben bin, wollte ich mich endmuten, hab ich... äh... Wollte mich endmuten, hab ich endmutet! Aber ich hab dir sogar zweimal gesagt, dass du dich... äh... Das war ein wirklich guter Snipeck! Ich bin richtig stolz darauf! Oh mein Gott! Als ob auch Hockey nicht in meine Sharktrap da hinten gerannt ist! Ach man! Ich habe keine... Aber Indusens haben wir gesagt! Ich dachte, du hast auf Maeve geschossen! Nö, ich stand nur da! Und dann war einmal werde ich erschossen! Ich hoffe, ihr habt die Zombie geschossen! Ich weiß nicht, warum... Hä? Weil ich das... Ah! Ich hoffe... Äh... Dete! Bro, warum hast du immer so Probleme mit der Tür? Okay, äh... Mogi, wie kommt man eigentlich aufs Dach drauf? Also auf normal? Kann man da auf irgendwie normal drauf, oder geht das gar nicht? Keine Ahnung! Ah, okay! Dattel Deluxe the Buster! Was sagst du deine Hand aus? Brauchst du hier aus? Der Torben? Irgendein Buster? Wer hat hier geraubt? Was ist denn hier passiert? Oh, wir haben wieder zwei Detectives! Schon wieder? Schon wieder? Warum liegt der tote Ratten in deiner Küche? Nein! Mogi war Traitor! Ne, ich war Traitor! Das bin ich! Hä, was? Wieso bist du das? Was? Warum bin das ich? Ein magischer Hockey-Found-de-Bahn... Oh, magischer Hockey-Found-de-Bahn... Okay, ich gib's... Ich bin gerade rot! Oh, ich hatte... Nein, 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 nein! Ich kann's erklären! Er hat aber nicht gecheckt, dass es ne Fake-Leiche war! Er war echt bei dieser Fake-Leiche! Und er wurde so exposed! Fak war schon rot? Ja, aber warum... Wie kann er das nicht gecheckt haben? Der ist ja unschuldig! So die Scheiße! Ich fürchte, dass es... Ich fürchte, dass es nicht möglich ist! Okay! Das tut mir sehr leid, Hockey... Ah, ja, hier sind einige roten... Ah, okay, Bro! Wahrscheinlich... Was war denn das? Junge! Scheiße! Diese Bälle, Alter! Das war ja übel lustig! Ich weiß nicht! Aufhörige Dinge! Verdächtige Dinge! Widersehen, Johnny! Es tut mir so leid! Hast du... Hast du wieviel? Ich hab... Nee, leider nein, leider nein! Fully war hier oben halt gehockt mit einer Cypher und ich dachte, das ist so ein richtiges Traitor-Verhalten! Oh mein Gott! Ich hab mich getäuscht! Er ist mich kein Traitor! Ja, okay! Du klingst aber so, als würdest es dir wirklich leid tun, also... Weil in dem Moment wurde Johnny auch noch identifiziert und dann wäre die Runde eigentlich vorbei! Deswegen wüsste ich, dass er auch schon innocent ist! Wo ist Ricky? Ja, okay! Also muss es eigentlich Ricky sein oder Zombie? Warte mal! Mogi war auch... Mogi war auch Detective! Ja, ist Mogi noch da? Lebt der noch? Ja! Mogi lebt doch noch! So, wer lebt jetzt noch alles? Wer ist halt ein langweiliger Traitor? Was war das denn? Ricky? Maeve, du und der Zombie! Hast du ein Defi? Hast du ein Defi? Woher soll ich... Achso! Woher soll ich... Ich glaube, ich glaube irgendwie... Oder Maeve, du bist ein guter Schauspieler! Nee! Warum bist du überhaupt Detective? Was auf! Was auf! Was auf! Was auf! Was auf! Was auf! Oh! Mies! Ich komm doch nicht hier! Da muss... Da muss es doch... Da komm ich nicht! Na, Maeve, du bist wirklich... Du musst recht erst sein! Danke! Weil Maeve klang so als... Das war kein Fehler, Mogi! Chaos! Pures Chaos! Das Problem ist ja... Oh, okay! Sind die verliebt? Er ist ein loyaler Freund! Ich habe mit ihm damals noch die Toiletten gereitigt! Oh nein! Das waren Zeiten! Vorsicht, Ricky, das Auto! Okay! Tschüss! Tschüss! Damn, Maeve! Der ist schlecht! Ja! Aber guter Versiegel! Wie du geflogen bist, Maeve! Ich bin durch die ganze... Also, die war riesig, die Map! Hä? Du bist durch die ganze Stadt geflogen! Ja! Naja! Tja, hätte ich mal Ricky hier gesnied, ne? Warum? Dann habe ich mich erschossen! Hätte ich mal! Aber Maeve war so... Uh, ich snipe jetzt Fully! Sorry, Fully! Sorry, Fully! Sorry, Fully! Sorry! Alles gut! Alles gut, Sean! Alles gut! Alles super! Ist doch alles gut! Ist doch alles gut! Warum tötest du uns? Wenn ich Trailer bin! Dann mach mal! Können wir Fully snipen? Ach so! Oh! Ja, easy! Ey, ich würde die Gläser hier kaputt machen! Die Scheiben! Könnt ihr mal aufhören, meinen Laden zu randalieren hier? Okay! Mal zum Friseur und dann alle umbringen! Lass ihn killen! Lass ihn killen! Lass ihn killen! Lass ihn killen! Nein, nein! Hört auf! Ich wurde die letzten Runden schon immer richtig früh gekillt! Bitte lasse! Aber ich kill den da! Wer hat meine Scheiben kaputt gemacht? Nein, nicht Franklin! Ich werde ihn töten! Nein! Lass ihn killen! Lass ihn killen! Lass ihn killen! Nein! Lass ihn killen! Oh nein! Oh nein! Man kann ihn nicht mehr aufheben! Er ist halt immer Traitor! Jetzt zu mir leid! Probier's damit! Mit? Mit was? Den Wurfstein hier! Vielleicht von dem Fully! Wo? Hä? Habe ich denn aufgucken? Es könnte so eine gute alte Fully Sean Runde sein! Was macht ihr jetzt? Soll ich ihn weiter mit attackieren oder wie? Ich habe den Wurf von dem Fully genau mit dem Hockey gegeben! Ich habe ihn nicht! Was du damit machen sollst! Ich habe ihn nicht inventar! Warum nicht? Ich habe keine Ahnung! Vielleicht hast du schon andere Traitor Waffen! Nee! Nee! Hab ich nicht! Nee! Aber ernsthaft! Ich weiß nicht wo der ist! Sean hat gerade den Detektiv umgebracht! Ach so! Du hast es gesehen! Warte! Nein! Nein! Habe ich nicht! Na gut! Warum hast du mich erschossen? Nee! Ich hätte dich halt noch am Leben gelassen! Aber du hast geschossen dann! Ach was? Du hast es gesehen? Das ist aber das Traitor Team bei dem nichts passiert! Ich meinte noch! Das ist nicht wahr! Das ist überhaupt nicht wahr! Sean und ich habe so viele Runden schon gewonnen! Und außerdem hat mich Johnny einfach erschossen sofort! So viele Runden schon gewonnen! Wir haben viele Runden zusammen gewonnen mit Sean! Sean ich habe übrigens nicht mal Schaden von dem Sprengfass bekommen! Du hast mich einfach erschossen! Oh! Warum hast du mich erschossen Johnny? Ich hatte Lust auf Fully snipen! Das war ein bisschen lucky! Wärst du innocent gewesen hätte ich dich wiederbelebt halt! Wow! Das kann ein Detektiv ja machen! Hey! Hey! Wen soll ich snipen? Ich habe ihn getötet! Fully! Wo ist Fully? Du und Johnny haben ein Problem miteinander! Und die müsst ihr regeln! Bisschen mehr Fully snipen jetzt! Ich... Ich... Ich wollte Johnny snipen! Ja! Nee! Ihr müsst eure Probleme ausarbeiten! Das ist gut gelaufen! Ja! Das sehe ich! Aua! Der hat auf mich geschossen! Warte! Er hat auf Johnny geschossen vielleicht! Du sollst seinen Gatten vielleicht nicht einfach so alleine lassen! Johnny warum stimmt das so? Äh... Bro! Was? Johnny hast Tobis gemacht! Du auch zu schwein, ne? Das war so unlucky! Ich wollte es nicht... Okay! Ganz kurz! Ich wollte es zu ihm hinwerfen, aber ich wollte nicht das explodieren! Ich habe es nicht abgeschossen! Ich weiß nicht wer das abgeschossen hat! Okay! Okay! Wer war jetzt? Okay, Maeve war noch Trailer! Ah! Ah! Das ist schon ein Trailer-Kollege weggewiesen! Das passiert hier echt oft, Maeve! Ich war... Ich war... Ich war super verwirrt grad, dass du mich umgebracht hast, Maeve! Hey! Wir sind doch... Ja! Ich war Team Dean da, okay! Ja! Ich stand nur unschuldig da beim Todesfenster auch bei dir voran! Ich war ursprünglich unschuldig! Und dann wurde meine Unschuld geraubt! Der Vollding! Und die Unschuld wurde geraubt! Weißt du, da krieg ich schon nur Johnny! Boah, hier sind keine guten Waffen, Mann! Und da würdest du dich auch noch mitkennen! Und da musst du mich auch noch umbringen! Also wirklich! Ja, ja, ich wollte da mal schauen, wo man da überall hin kann, weil... Ich hab grad gemerkt, dass man an den Rand lang kann... Äh... Und will schauen, wo es mich hinführt! Wahrscheinlich nirgendwo hin! Ich denke, ich werde irgendwann einfach an eine unsichtbare Wand, äh... Sein, aber ich probier mal! Weil hier kann man so entlang! Ich denke, wir werden irgendwann einfach gestoppt von einer unsichtbaren Wand, aber vielleicht... Ja, ne! Mies! Ich meine, würd's hier irgendwas geben, irgendwas cooles, wo man lang könnte, dann würde der Zombie es schon wissen! Und dann würden wir es alle wissen! Ja, vielleicht hier irgendwie entlang oder so! Es wird doch irgendeinen coolen Spot geben, wo man so hin kann! Was man nicht auf den ersten Blick sieht! Okay! Oh! Ja, okay! Ja! Na ja, auf die Brücke, aber das bringt mir auch nicht viel! Vielleicht kann man hier auf den... Auf den... Ah, Mist! Naja, egal! Ich hab's versucht! Ich hab versucht, irgendeinen Ort zu finden, wo man vielleicht hin könnte, ohne es zu wollen! Hast du auch irgendwie geschossen? Ne, aber ich hab überlegt! Ja, ohne es zu können! Ja! 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 Wir sind Schlangen! Die hab ich eigentlich nicht bestellt, deswegen... Oh! 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 Ja! Ja, das ist schlecht! Ich bin vom Gesundheitsamt und ich finde es eigentlich nicht zu tun! Ey, Folia hat versucht, sich von hinten zu töten, aber er hat es nicht geschafft, deswegen... Ich hab ihn getötet! Ich hab ihn getötet! Das freut mich! Nur damit es weiß! Du kannst dir vertrauen! Also, ich bin proven innocent! Wollen wir euch noch warten, oder wollen wir schon sicher gehen, dass schon der andere Traitor ist? Junge, warum? Ihr seid jedes Mal das Team und deswegen passiert auch nichts, weil du der andere Traitor bist! Ja, ich spiel jedes Mal gleich! Das ist eine dreiste Lüge! Nein, ich treff gleich, warte! Bei uns passieren immer die lustigsten Sachen! Du bist jetzt... Nein! Ah, war es nicht! Hallo? Ach, nur du? Ernsthaft? Von allen Leuten? Äh, wie scheiße! Ey! Du bist ein Clown bist du! Nö, ich lass mich nicht auf dich ein! Ich lass mich ja nicht auf dich ein! Hör auf mich zu verarschen! Aua! Nooo! Er hat sich nicht auf dich eingelassen! Let's go! Ich hab beide Kills gemacht! Juhu! Let's go, Hockey! War Polly M in jeder Runde Traitor? Ja! Ich bin sehr oft hier Traitor in der Folge, ja! Riki konnte ich irgendwie nicht wieder übernehmen! Nicht jede Runde, aber oft! Schauen auch meistens, aber diesmal nicht! In der Runde, wo ich einen Headshot gebe, ist natürlich kein Traitor! Ich wusste nicht, warum ich Mogi keinen Headshot geben konnte! Das war richtig, das war richtig komisch! Du standst die ganze Zeit am Rand und hast Schaden gemacht! Das war komisch! Ich hab auf ihn geschossen! Auf seinen Kopf und er hat überlebt! Magische Pizza! War wild! War wild! Bitteschön! 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 Okay, warum hat das hier irgendwie gut? Backdamage, Folie! Du weißt, wie die Quote steht! Ich bin kein Schilder! Dich jetzt einfach so zu erschießen! Ich bin kein Schilder! Okay, ich sollte vielleicht teils Geschehens werden! Ist Folie erschossen? Nee! Kann man die aufheben? Es ist für mich statt... Es ist ein großes Risiko, dich abläuft! Zombie, du bist nicht im Discord gemütet! Oh, danke! Ja, du hast es versucht! Aua! Warum? Ich war kurz rausgeklickt! Ich war kurz rausgeklickt! Ich war kurz aus dem Spiel, ich hab wieder reingeklickt! Ich hab rausgeklickt! Ich hab rausgeklickt! Und ihr dann wiederbeleben, falls ja innocent ist! John ist Traitor wahrscheinlich! Mäve? Mäve? Hast du ja immer zum Heilen? Hallo? Nee! Du, du. Ach, ist die Tür belastend hier! So, ich brauche hier auch nichts! So Maeve! Tu's! Es ist statistisch die richtige Entscheidung! Sagt Mogi! Nein! Er schieß doch nicht mich! Ich hab doch noch gar nichts gemacht! Oh, warte! Ich will nicht teils Verbrechen werden! Was ist das für vier Jahre! Ich weiß nicht, bei mir sind das Errors aus irgendeinem Boden, ich kann nicht mal auf die schießen. Das sind Turtles? Ja, ja, also nicht mein Turtles, aber so Turtle Grenades. Ja, ja, die Schillies halt. Ja, genau, die Schillies. Sollten eigentlich nur Warnschüsse werden, aber hier kommen wir doch nicht. Ich bin so aufgeregt. Oh nein, geh weg, geh weg, verpiss dich. Verpiss dich. Hä, wieso, wieso? Warum geht die Mind Turtle nicht los? Oh, da lag eine Mind Turtle, warum ist die nicht losgegangen? Oh, was? Warte mal, das war eine Turtles. Ich wollte gerade fragen, was du über den Traitor weißt. Oh, die Mind Turtle wurde von einem Explosionspass weggemogen. Oh, nee, ach, Mann. Ich wollte dich ganzer zu mir hinterlocken, damit die da reinlaufen. Ach, egal. Naja, das ist okay. Naja, naja. Letzte Runde! Hättest du mal LinkedIn nicht erschossen? Hättest du mal Fully nicht erschossen? Du hast dich vielleicht falsch erinnert, aber Mogi war doch der... Mogi hat doch gesagt, du bist Traitor, nicht ich. Wieso wolltest du mir am Ende in eine Ansage drücken? Ich habe nicht gesagt, dass er Traitor ist. Ich habe gesagt, statistisch gesehen, wäre es am sichersten, ihn zu erschießen. Ja, so, so. Dann halt das. Aber ich habe ihn nicht erschossen. Boah, das habt ihr nicht. Ich auch nicht. Aha. Ich habe 27 Herzen nur drauf. Ja, aber ihr seid aber irgendwie zu mir gegangen. Das läuft hier mit dem Sprengpass rum, bist du dumm? Ja, bin ich. Ja, das ist gut. Du weißt, ich meine, das ist böse. Das ist ja natürlich nicht... Johnny, ich mach doch nur Spaß. Johnny, Johnny. Hast du Heilung, Detective? Johnny. Detektiv hast du Heilung? Das ist ja wohl natürlich jetzt als Detective Klanz und sowas. Aber nee, das hat man auch dir nicht. Spaß gemacht. Detektiv hast du Heilung? Pully, hast du Heilung? Heilung, Pully, Heilung? Hast du Golden Diegel für dich? Ah, nö. Keine Heilung? Nö, ich habe auch keine... Nö, ich habe auch keine... Hast du irgendwas anderes cooles? Wow. Der Detektiv hat keine Heilung für mich. Natürlich nicht, schon wie schwer das ist. Bandscheibenvorfall oder was? wofür brauchst du das machst du da schade wo ist der turret gehen wir ein bisschen weiter hinter wir haben das überlebt das überlebt ich bin nicht gestorben ich weiß dass du es das wollte kurz bevor du gestorben ist kann ich mir den farmers geben kurz bevor du gestorben kann ich deine farmers haben ich meine erzsie bekommen er hat ihr hut schade wenn ricky jetzt stirbt dann ist schon wieder da ja warte mal was ist hier los gerade ich habe geworfen weil du nicht bei den warst und dann bist du genauer reingerannt hat er geklappt ja johnny hat sich mal mitbekommen johnny hat irgendwas am boden gerade gemacht ich habe mich überhaupt nicht gewährt ist das schon die bonusrunde? du willst dich auch gegen eine granate werden da könntest du sie wegwerben oder wegtreten hört auf mein okay jetzt habe ich eine rolle hallo was geht alles klar fuli bist du Traitor? bist du Traitor? bist du Traitor? bist du Traitor? oh ich war die ganze Zeit nicht ich war die ganze Zeit gemutet sorry sorry ich habe dich gefragt ob du Traitor bist ich habe mit dir geredet eigentlich ich bin kein Traitor okay ich bin kein Traitor stark ich bin flott wie ein innocent Arschloch Aua hör vor ey warum brennts hier was passiert eine Sekunde drin schon Notfall okay das ist meine schlechteste Runde jeweils oh nein Hockey schon wieder es ist Hockey es ist Hockey es ist Hockey es ist Hockey was denn hier passiert hallo was du das nö naja gut naja gut stark wo standest du? hier hinten auf der Straße okay braucht sich da so ein wo der Johnny auf einmal erschossen ich habe ihn äh ich habe ihn erschossen habe ich nicht weil Johnny mich ja vererschossen hat ich habe mir da ich habe und dann hat er selber erschossen das war die dümmste Runde überhaupt eigentlich ich wollte eigentlich noch ein bisschen Seife legen und sowas aber ich habe nur gesehen dass Johnny irgendwie erschossen wird und dann war ich so extra Bonus Runde ich habe alle erschossen Ultra Bonus Runde Ich habe die Runde aufgegeben. Ich habe mir gedacht, wir haben keine Chance. Ich dachte mir, Riki war sofort totes vorbei. Ach, Riki war wirklich Traitor. Ja, der war auch noch eine Runde. Die hat nicht gezählt. Aber das ist jetzt eine Antibonusrunde, weil Riki nicht stirbt. Und diesmal schieß ich nicht mal auf Riki. Warum nicht? Richtig, ich habe nur eine Bonus-Bonus-Runde und nicht in der Ultra-Bonus-Bonus-Runde. Habt ihr es gerade von Johnny gehört? Hast du es gerade von Johnny gehört, Nave? Ne, was hat er gesagt? Er so, ich will jetzt mir jemanden wegsnipern. Also, falls hier gesnipert wird, weißt du, dass er es ist. Er ist safe irgendwo auf dem Dach gleich. Nein, lass mich in Ruhe. Fully sagt, wir werden snipen. Er sagt es ja immer noch, er sagt es ja immer noch. Wir werden snipen hier. Er hört ja gar nicht mehr auf, drüber zu reden. Ich habe keinen Schaden. Wenn snipen wir? Wenn Sean? Und? Ich höre nur meinen Arm. Wollen wir vielleicht snipen? Wieso geht die anderen auf Fully? Fully ist tot. Oh, ich bin auch tot. Wir gehen nur noch mal sicher. Nein, hier ist ja falscher. Warum schießt nach mir? Ich mach gar nichts. Nein! Ich habe euch sogar geholfen. Was ist denn jetzt? Okay. Jetzt fällt ja nicht so viel Arbeit mehr über, ne? Das heißt, Johnny ist es jetzt, oder wie? Au, au, au. Ja, scheinbar. Ich brenne. Und wo ist er? Soll ich einen Snipern? Das wäre voll witzig, weil er die ganze Zeit snipern will. Aber wo ist er? Der sprengt uns gleich weg mit einem Schaf. Ja, ich habe es gehört. Ah, Mist. Er hat es gehört. Ah, da oben! Ich wüsste das Zombie gewinnen. Die hat es mir gehört, aber gesehen hat er es nicht. Die warst du plötzlich da oben, Alter. Aber Mogi bin ich schon wieder verliebt. Ja, das Problem war, Ricky, ich habe oben auf dem Dach geschossen und dann... Warum schießt du, Blöck? Da habe ich auf einmal auf dich geschossen und dachte mir... Du bist über die Ampel gelaufen! Ich war auch so verwirrt, um ihn zu schießen. Ich war auch so verwirrt, um ihn zu schießen. Und dann schießen die sich einfach gegenseitig tot. Naja... Mogi hat sich dazu entschieden, mich umzubringen. Nein, ich war... Ricky und ich, wir waren der Team Liebende. Ja? Ja. Ich habe sie erwähnt. Dagegen sage ich nichts, du hast dich trotzdem dazu entschieden, mich zu töten. Bis zum nächsten Mal! Traitor! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Ciao! Ciao!